Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Muni Depot vielleicht? Ich weiss nicht, der Grab ist verfüllt. Geht auch nicht weiter. Das ist ein Munn-Depot. Ja. Da haben die Munn gehabt von dem Bunker da vorne. Ja, nochmal zurück. Gehen wir mal weiter. Ja, Leute, das ist jetzt ein Teil von der Maginot-Linie, wo ein bisschen abläuft wird. Wo der Abseits liegt, das sieht man genau. Wo nicht so viele Leute rumlaufen. Da gehts nicht mehr weiter. Ja. Wieder nur ein Bunker. Ja, weil das nicht groß, guck mal. Ja, da haben die Muni drin gehabt. Von den Gräben. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum das? In den Fels gemeißelt. Lkw-Reifen. Ne, da gehts weiter. Rechts rum. Wow. Ja, das ist so wie ein Verte. Die Munn-Bunker. Ach Gott, hat einer alles voll mit Autoreifen, Lkw-Reifen geschmissen. Ja. Ja, da haben die Munn deponiert. Wow. Da hat einer so Altreife entzockt. Lassen Sie sich raus. Das sind diese typischen Stillungen unten. Straßenkreuzungen. Der ist jetzt gar nicht zu, ne. Der ist noch hinten offen. Der ist jetzt gar nicht zu. Das ist eine ganzure Form. Das ist das. Der wird kommen. Absolut. Vielen Dank.